Willkommen im Racket Center Nussloch. Hier finden Sie alles unter einem Dach. Racketsport, Fitness, Physiotherapie und Wellness. Das alles in einer Atmosphäre, wie man sie nur aus dem Urlaub kennt. Unser Zentrum für aktive Prävention, kurz ZAP, ist eine zentrale Säule im Konzept Gesundheit durch Bewegung. Grundlage jedes präventiven Trainings ist dabei eine ausführliche Bedarfsanalyse. Welche Ziele wollen Sie erreichen? Wie ist Ihr Zeitbudget? Sind Sie Neueinsteiger oder langjähriger Sportler? Ein sorgfältiger Gesundheitscheck und die Ermittlung der körperlichen Leistungsfähigkeit sind die Basis für die Erstellung eines individuellen Trainingsplans. Damit ist ein risikoarmer Start in Ihr Bewegungstraining gewährleistet und Sie können Ihre Fortschritte optimal kontrollieren. Das ZAP bietet Ihnen alle Facetten des gesundheitsorientierten Fitnesstrainings mit den Schwerpunkten Figurtraining, Wirbelsäulenstabilisation und Herz-Kreislauf-Training. Dabei stehen Sie im Mittelpunkt, denn jede Trainingsform unterliegt eigenen Gesetzmäßigkeiten und wird individuell auf Ihr persönliches Ziel abgestimmt. Die Voraussetzung dafür ist ein hervorragend ausgebildetes professionelles Trainerteam, das Sie immer nach dem neuesten Stand der modernen Sportwissenschaft betreut. Um das zu gewährleisten, setzt das ZAP-Team auf regelmäßige Fortbildungen in allen Bereichen. Angefangen bei der Ernährung bis hin zu den fortschrittlichsten Trainingsmethoden durch neue Technologien beim Gerätetraining. Chipkarte rein und dann individuell und optimal trainieren. Vorbei sind die Zeiten, in denen das mühevolle Einstellen der Trainingsgeräte viel Zeit gekostet hat. Alle trainingsrelevanten Parameter werden gemeinsam mit unseren Trainern ermittelt und auf Ihrer persönlichen Chipkarte gespeichert. Die Geräte stellen sich dann automatisch ein und berücksichtigen Sitzposition, Hebel, Gewicht, Geschwindigkeit und Herzfrequenz. Dadurch werden die häufigsten Fehler von vornherein vermieden und einem guten Training steht nichts mehr im Weg. Während noch vor ein paar Jahren von Ärzten ausschließlich Ausdauersportarten, wie Radfahren oder Schwimmen empfohlen wurden, so weiß man heute, dass gerade ein gezieltes Muskeltraining vielen Alterserscheinungen entgegenwirkt. Ein starker Muskel hält den Körper gesund und beeinflusst unsere Psyche und das Immunsystem positiv. Gesundheitsorientiertes Muskeltraining bedeutet nicht weniger als Steigerung der Lebensqualität. Dazu trägt übrigens auch das geöffnete Dach unseres Trainingszentrums in den Sommermonaten bei. Nach dem Training heißt es dann, ausruhen, entspannen und dem Körper etwas zurückgeben. Was gibt es Schöneres, als sich an der Bar einen leckeren Fitnessdrink zu gönnen? Apropos Gönnen. Außer dem qualifizierten Training im ZAP bietet das Racket Center Nussloch auch die Möglichkeiten der Physiotherapie. Eine professionelle Praxis innerhalb unserer Räumlichkeiten ist für uns selbstverständlich. Patienten können hier alle Behandlungsformen in Anspruch nehmen, egal ob ZAP-Mitglied oder nicht. Dazu gehören Krankengymnastik, Krankengymnastik am Gerät, manuelle Therapie, Wärme- und Kältetherapie, Massagen und vieles mehr. Das alles dient nicht nur zur Therapie, sondern auch zu Ihrer Entspannung. Tief durchatmen, den Alltag hinter sich lassen und Kraft tanken. Römisches Dampfbad, finnische Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und die wundervolle Außensauna. Wellness pur. Eine Sauna ausschließlich für die Damen ist natürlich ebenfalls vorhanden. Nachttisch. 紅 und reiztech. Vom Kamin- und Teezimmer aus genießen Sie einen wundervollen Blick ins Naturschutzgebiet. Egal ob Sommer oder Winter, gönnen Sie sich Momente der Erholung. Das Racket Center hat seinen Namen nicht von ungefähr, denn es hat noch mehr zu bieten. Badminton, Squash- und Tennisspieler aller Spielstärken finden hier ein Zuhause. Dank der acht Badminton-Felder, den fünf Squash-Plätzen und insgesamt acht Tennisplätzen. Wir stehen Ihnen mit unseren Angeboten als kompetenter Partner zur Seite. Egal ob Sie freispielen möchten oder an angebotenen Treffs, Workshops, Trängerstunden, Camps oder sogar Wettkämpfen und Ranglistenturnieren teilnehmen möchten. Darüber hinaus wird mit der Online-Spielerbörse ein einmaliger Service zum Suchen und Finden von Spielpartnern angeboten. Nach dem Sport heißt es, gemütlich beisammen sein. Das wohlverdiente Bier, niveauvolles Essen in unserem Restaurant Santé. Bei schönem Wetter klingen die Tage auf der großen Inselterrasse aus. Weitere Partner wie die Ballschule Ballett oder Vietwo Dau ergänzen unser sportliches Angebot ab dem Kleinkindalter. Racket Center Nuslow. Denn Sport hat ein Zuhause. Spielband. Heitere süsser Lebens Achtet Center Nuslern als Finden 내일 so impossible. Bis dann.